Yo Freunde was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir Feuerwehrmann in Notruf Hamburg. Leider kann ich nicht auf meinen Maus und Tessertour spielen. Naja Freunde, weil die Batterie alle ist und es lädt gerade. Naja Freunde, ich hoffe es gefällt euch dieses Video trotzdem hier. Jetzt geht's weiter. Los geht's mit dem Video. Naja Freunde, auf jeden Fall Freunde, ist es heute soweit Freunde und heute haben wir nicht nur, na erzähle ich gleich, ähm, erstmals brauchen wir uns hier ein Auto, wir machen Einsatzleitung auf Feuerwehr. Das wird bestimmt Feuerwehrmann ist mein Leben. Gefallen dieses Video hier? Nee, weil er ja auch Feuerwehrmann ist. Hier kommen wir zu einem Dingens hin. Oh, ist so ein Sanitäter, aber wir nehmen dieses Einsatzauto. Weil das mag ich am meisten, dieses große eher nicht so, weil da kann man, ne? Leute, heute ist auch, also gestern war auch ein Tag Freunde, wo wir die 70.000 Abonnenten geknackt haben Freunde. Das ist ein riesiger Meilenstein, den wir hier geschafft haben. Und das ist sowas von krank. Da wollte ich mich nochmal bei euch bedanken, Freunde. Und ja, was, was schreibt ihr? Was schreibt ihr? Feuer. Hier ist doch gar kein Feuer. Oder habe ich das Feuer mal übersehen? Wir gehen mal hier zum Notfall. Aber ich glaube, ich habe hier das Feuer übersehen. Ja, hier ist gar kein Feuer. Na ja, Freunde. Ich wollte mich halt nur nochmal bedanken, weil ich sehe gerade, bei so Babo hat zum Beispiel letztens ein Video hochgeladen, dass die YouTuber halt weniger Abonnenten bekommen. Aber ich kann mich ja meinen Zyklus mal einblenden. Also bei mir ist es ultra krank. Also ich bekomme viel, viel mehr Abonnenten gerade dazu. Und die anderen YouTuber bekommen irgendwie weniger Abonnenten. Aber no hate. Wie gesagt, ja, das wollte ich nur mal sagen. Deswegen wollte ich mich halt nochmal bedanken. Ja, wir sehen uns gleich, wenn der Rute 1 kommt. Oh, mein Alarm, 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 Feuereinsatz ist ausgebrochen. Hier, wir müssen direkt hier dem roten Streifen hier folgen. Bisschen. So, Leute. Boah, Leute. Aber ich muss euch noch, während wir ein bisschen fahren, muss ich euch nochmal was Kleines erzählen. Ich habe jetzt mein eigenes Roblox-Spiel. Ihr kennt alle sicher schon alle. Die Garn-Obi. Die Easy Garn-Obi. Ja, ich weiß nicht mal, wie sie heißt richtig. Und wahrscheinlich kennt ihr den Tycoon. Ich überlege ihn mir auch mal zu spornen. Aber ich denke, erst mal Easy Garn-Obi. Auf jeden Fall kennt ihr ja alle die Easy Garn-Obi. Und die werde ich, habe ich gesponsert. Aber bei das Sponsoren ist es ein bisschen schwer. Ich dachte so, wie früher so. Pro Tag kann ich so 10 Euro Robux sponsern. Und dann kann ich das so ein halbes Jahr sponsern, die Obi. Ja. Und auf einmal so. Bro. Man kann die nicht sponsern, normal wie es damals ist. Man muss auf Roblox-Ads gehen. Und dann muss man so sich für 2.800 Robux 10 Credits holen. Das ist richtig viel. 10 Credits habt ihr auch wahrscheinlich in meinen Shorts gesehen, habe ich mir geholt. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ähm, musste man sich so 10 Credits holen. Nachdem ich mir die 10 Credits geholt habe, konnte ich mir für 5 Credits... Für 5 Credits, das sind ungefähr 1.800 Robux, musste ich mir da, musste ich da ausgeben, um das Game einen Tag zu sponsern. Und ich will jetzt, das ist am Freitag, das gesponserte Game. Ich werde da auch nochmal... Ja, Leute, wie gesagt, ich werde dazu nochmal einen Livestream machen am Freitag. Also am Freitag wird Notruf Hamburg kommen. Aber auch, ähm, dieses, ähm, Navi heißt, wieder Freitag immer 36, 19.30 Uhr, immer Notruf Hamburg. Oder auch früher halt, manchmal. Aber regelmäßig immer 19.30 Uhr, aber dann halt auch die Obby. Weil, ich will halt, ab Freitag, sie wird das gesponsert halt. Und ich möchte halt, wenn das, wenn das gesponsert wird schon, dann sollen es halt auch schon ein paar Leute spielen, ne? Broly, hier waren schon Leute vor mir da. Nee, Digga. Nee, ihr kleinen Ehrenosen. Die löschen schon vor mir alles. Bitte räumen Sie das Gebäude. Ein Feuer ist ausgebrochen. Digga, hoffentlich... Ja. Ein paar XP wenigstens bekommen hier. Das Feuer war auch gar nicht mal... Ich hab auch gar nicht mal so lang gebraucht, wenn ich ehrlich bin, hierher zu fahren. Aber er war halt auch gleich, sah sofort. Also er hat nicht lang gebraucht. Ach, ist hier drin doch noch was? Hier drin ist 0,0. Digga, er ist einfach so lost und löscht nichts. Naja, wir setzen, wir gehen mal hier. Wir sehen uns beim nächsten Notfall. Und ich, Leute, ich vermute eine Sache. Wir müssen mehr außerhalb der Stadt sein, denn ich weiß es nicht. Ich glaube aber, außerhalb der Stadt sind die meisten Brände. Außerhalb der Stadt sind auf jeden Fall die meisten Brände. Okay, wir sind auf jeden Fall schneller und sein Auto als er. Naja, komm, wir fahren jetzt mal zum Autohändler. Oder, ja, zum Autohändler, das ist ein guter Platz. Oder so. Und dann können wir ja uns... Also, denke ich mal. Dann können wir uns ja mal... Digga, der fährt einfach nicht. Dann können wir uns ja mal sicher sein. Hier. Alter, und Leute, wisst ihr? Also, bei mir stand, es hat sich irgendjemand immer... Oh, gelbes Auto, Leute, fahrt immer gelbes Auto, um die Tricks-Mafia reinzufahren. Freunde, naja, Freunde, ich werde mal gucken. Also, ich weiß es nicht, wie viele Visits ich denke. Ich denke, für 5 Credits, das sind 1.800 Robux, das wäre schon mehr als... Ich weiß es nicht. Bei ihm waren es 4.400 Besucher und er hat es halt gesponsert. Aber mit 8 Credits und ich habe nur 5 Credits ausgegeben. Aber ich sage mal so. Früher war das, ja, so. Ich hatte 2.000 Besucher, wenn ich 10 Robux eine Woche gespendet habe. Das sind 100 Robux nur. Und wenn das jetzt so wäre, würde mein Game übelst abgehen. Naja, Freunde, wir warten jetzt mal hier. Blaulicht machen wir aus, natürlich nicht in Dienst. Sonst schümmt wieder voll bei uns mein Leben. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Egal, ich habe bis 2-Nächte gewartet, Digga. Jetzt auch schon wieder hell, Alter. Digga, ist immer noch nichts gekommen. Du bist jetzt was gekommen. Bro, die Digga. Ach, Digga. Leute, wir machen noch zum Abschluss, bringen wir uns natürlich hier oben, Freunde. Da nichts passiert ist, müssen wir natürlich hier uns umbringen, Freunde, weil ja nichts passiert ist. Ja, es ist ein bisschen doof, dass wir uns jetzt umbringen, Leute. Aber egal, 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 wir gehen auf das höchste Punkt hier, hier auf den höchsten Punkt, hier setzen wir unsere Leiter, hier und da jetzt klettern wir hier hoch und das bringen wir uns um. Und du, 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 du. Ey, wir können vielleicht auf den Baum klettern, aber nee. Digga, wieso können wir uns hier oben bringen? Freunde, naja, Freunde, ich hoffe, es hat euch noch ein Video gefallen. Leider auf dem Handy, euer Tres, ciao. Kakao, danke für die 7.000 Abonnenten nochmal. Tres.